ja gut gibt dir nach schöpfer sandy also das denn da oben hin okay was war das denn hier noch mal für eine quest einhalten statt mir über die geheimnisvolle frau erfahren die so ähnlich sieht suchen nach hinweisen auf die identität der unbekannten frau ach so trifft während am sonnenpalast entführt und nicht ermordet stimmt ja das stimmt so viele fragen suche nach dem bahnung lager ist weit weg das ist die frage haben wir die energiezelle oder nicht ich gehe da mal kurz hin wir können schnell reisen moment das war hier bunker nicht möglich okay dann hierhin so 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 Aber hier in dieser Ruine, da sollte irgendeiner gewesen sein. Machen wir mal das mit der Lotion, damit es da ein bisschen weiter geht. In der Hoffnung, dass wir Rotschlund jagen können, das wäre schön. Auch wenn es ein schwerer Kampf wird. Aber dann können wir diesen Arschgeigenboss ablösen. Oder wenigstens Sergon. Okay, wer bist du? Mörerjägerin? Okay, ja, mach doch mal. Es ist da. Es ist nicht da. Okay, aber es sind keine Sägezahne, also ist mir egal. Wo ist denn hier ein Sägezahn? Sägezahn. Grasor. Hm. Ah, Trimmer. Nee, weg da, okay, was auch immer. Hm. Okay. Grasor, Grasor, Grasor. Auch mal Grasor, okay, weg da. Wo war denn hier dieser Sägezahn? Irgendwo hier habe ich doch einen gesehen. Hm. Na langen Hals, was geht? Der ist der langen Hals. Wie du sonst? Hm. Okay, hier ist nix. Du, 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 du. Sägezahn. Wo war denn hier dieser Sägezahn? Hier ist gar nix. Na toll. Hm. Tja, wenn ich das nicht bald finde, dann war es eine Zeitverschwendung. mehr oder weniger ist ja schön, ein altes Gebiet zu sehen, aber trotzdem. Hm. Du, 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 du. Was vielleicht hier? War ich ja schon mal. Achso, da vorne ist das Banditenlager. Okay. Hm. Okay. Hier ist nix. Tja. Läufer, Läufer. Hm. Wo ist denn hier ein Sägezahngebiet? Und soll ich vielleicht mal hier hingehen? Hm. 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 Ein Moment des Friedens. Hm. Hm. Früher oder später müssen wir sehtun. Ist ja eine Nebenquest. Bist du, Blinderer, verdammt. Wo ist denn hier ein Sägezahn? Hm. Kein Sägezahngebiet. Sägezahn, da drüben. Okay, so sehen die aus. Gibt's vielleicht da was in der Nähe? Blinderer, du, du, du. Hm. Nichts zu sehen. Hm. Hier auch nix. Gar nix. Nö. Na toll. Brüllrücken. Hm. Butterkrone. Okay. Äh, ich glaube das andere war hier. Mutterberg. Genau. Das mit dem Bruder, vom Schwester, mit Said und so weiter. Schau. Was war hier nochmal. Hm. Schön. Hm. Okay, weißt du was, gehen wir mal hier lang. Aber dazu geh ich am besten hier hin. Ich hoffe nun, dass wir da unterwegs ein Sägezahn sehen. Oui. Hab members. Dieser Article in. Um, wir wissen nicht dieС videon. Oh, wenn es nicht die, die Sägezahn bin. Wir wissen nicht Cro31. Wir wissen, es ist nicht die, die Hände. Ich hoffe jetzt, dass wir das nicht reparieren. Xin oder Hanne. Ich hoffe, dass wir das nicht ver devient, die Icke donne Labour in. Ich hoffe jetzt, der Pain. Das sind so verf vor versch schools, hospital. My근 Germ4-614. Aber her Highness schreffen wir uns ja hier auf den Ein. So, und dann noch die richtige Quest auswählen. Wo haben wir denn hier... Ein Moment des Friedens. Machen wir mal das. Ist von sanftmütigen Maschinen umgeben. Hm. Das klingt ja interessant. So, als ob die auch überbrücken können. Hm. So, und ich hoffe auf ein Sägezahn. Tja, ja. Hm. Wird da was? Wird da, okay. Hm. Was war ich denn eigentlich für... Oh, da kann ich was herstellen. Seilwerfer. Cool. Da kann ich auch was herstellen. Ja, nice. Okay, Ratte brauchen wir. Fischhaut. Waschbärhaut. Okay. Fischgräte. Okay, wir brauchen Fisch. Rattenhaut und Waschbärhaut. Okay. Die müssen wir jagen. Die müssen wir jagen. So. Ja, so langsam wird es was. Dann haben wir alles. Hm. Okay. Wer da? Hm. Okay. Wer da? Hm. Ja, ja. Okay. Panzerwanderer. Die brauchen wir nicht. Hm. Gut, ansonsten haben wir nicht so viel. Neben Quest. Oh, Sägezahn. Nice. Aber noch eins, okay. Aber hier ist eins. Hier sind zwei. Hier sind drei. Hier sind vier. Hm. Hm. Okay. Hm. Ich kann den nicht rufen. Tja. Okay. Wir sind ja auch Fischer. Wenn wir schon mal hier sind. Ah. Mal warten. So. Okay. Schnell einsammeln. Fischgeräte. Schön. Ich glaube, das mache ich einmal. Schwimm. Ich glaube, das ist die Frage, kommt die auch rüber? Oder muss ich rüber? Hm. Andererseits. Ich glaube, das Ding da kann explodieren, oder? Auf ihren Rücken. Wo ist denn hier ein Sägezahn? Da. Okay. Nee, da hat er es nicht. Oder ist da unten? Okay. Na schön. Hm. Tja. Wer war das wohl? Da war nix. Kommst du her? Hm. Ja, hab ich es mir gedacht. Die kommen nicht rüber. Hm. Okay. Gegen vier will ich nicht kämpfen. Wir brauchen nur eins. Das ist ja jetzt... Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Überbrücken ist die Antwort. Dann los, schwimm, bevor sie zurückkehren. Müssen wir uns da verstecken. So. Okay. Das ist ja die Frage, wo sind die hin? Da ist einer. Hm. Okay. Was? Zum Teufel, sind jetzt alle abgehauen? Hm. Okay. Du, 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 du. Kann ich pfeifen? Hm. Kommst du her? Komm her, schön. Flütt, flütt. Na los. Na geht doch. Hm. Ja, komm her. Ich will dich überbrücken. Oder dann halt dich. Schön überbrücken. Tralala, tralala, tralala. So. Oh shit. Autsch. Hm. Okay, du willst mich. Na warte. Dann gehörst du mir. So, bist meine Beute. Komm her. Autsch. Was soll das denn? Okay. Was ist hier los? Warte mal kurz. Was soll das denn? Da bist du? Ups. Scheiße. Nein. Okay. Hm. Das wird jetzt ein bisschen lästig. Okay. Schnauze hier. Stirb. Gott. So. So. Boah, hast du nicht geschossen. So, geht doch. Hm. So, schnauze jetzt. Mann, Mann, Mann. Puh. So. Okay. Mann, 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 Mann. So. Gut, das hätten wir. Obwohl ich nur eins brauchte. Aber natürlich. Wenn ich nur eins brauche, sind da immer mehrere da. Ist ja immer so. Bei dieser Situation, da habe ich das Glück. Na ja, wir haben es geschafft. So. Gut. Das hätten wir, diese Quest. Können wir die Trophäen dann in deren Arsch schieben? Jede einzelne Trophäe. Du, 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 du. Das wird schön. So. Okay. Äh, nehmen wir dich. So. Gut, jetzt aber mal zu diesem Dorf hin. Und. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Blumen und Panuk-Figur, okay. Na dann. Sammeln wir das ein. Ja, Moment. Fisch. Fisch. Das Getrampeln. Okay, das gefällt mir nicht. Hm. So. Okay. Wo ist denn dieses Getrampeln? Warte. Okay. Keine Ahnung, was der da macht. Hm. Keine Fische mehr. Ah. Okay. Na dann. So. Haben wir das andere jetzt eigentlich? Zum Herstellen. Da, 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 da. Ja, wenn ich. Noch ein wenig Fisch kräfte, aber das ist eins. Ach so, okay. Ich dachte, ich hätte schon eins gehabt. Hm. Okay. Gehen wir mal kurz Fischen. Wir haben ja die Zeit. So. Feuerbrüllrücken. Ist ja nicht so toll. Drüben ist der, okay. Hm. Okay, was am Teufel macht denn dieser Typ da oben? What the fuck? Hör mal auf, so einen Lärm zu machen. Das stört mich. So kann ich nicht die Fischruhe genießen. Was ist denn der Scheiss? Nur ein Krieger, was machen die denn hier? What the fuck? Hm. Was am Teufel macht ihr denn hier, hä? Sollt ihr helfen? Na schön. Dann hättest du aber schön die Klappe, ja. Nicht ballern. So. Autsch. Hm. Wir sind aber ja. Rot-Augen-Wächter, okay. Ich wusste doch, es gibt noch einen Wächter und die haben mehr ausgehalten. Nutzt Schwarm-Taktik, ist in Überzahl, überwältigen und frei konzentrierte Latten. Laser-Stösse ab. Okay. Aber warum zwei Atten von Wächter? Die halten mehr aus. Das war mir gleich verdächtig. Ja, ich bin ja schon da. Hui. Hm. So. Schön. Na ja, ich hätte ja ein bisschen besser gehen können, aber was soll's. 8 von 10, okay. Ja, nice. So. Könnt ihr jetzt die Schnauze halten? Dankeschön. Oh, nee. Hm. Da, wenn ich mich fernhalten. Und diese Vogelfiecher sind die schlimmsten. So. Die allerschlimmsten. Hm. Okay, ich hab's wieder vergessen, was ich brauche. Fisch. Maschbär. Fisch. Ratte, okay. Okay, brauchen wir nicht. Wo ist denn hier da? Metallblüme. Okay, aber warte mal. Von der Maschine fällt jetzt nur noch einer. Okay. Und das ist der Todbringer. Oder? Ja, der Todbringer fehlt noch. Hm. Okay. Sieht seltsam aus. Tja, der Todbringer. Oh. Hm. Blumenblumen. Okay. Also das hier ist Banuke-Beit. Warum sind die Nora so weit weg? Äh, nee. Lass mal. Hm. Natürlich sind ja Fische, aber da geh ich nicht rein. In Eiswasser geh ich nicht rein. Hm. Shit. Zu viele. Einfach zu viele. So. Okay. Ich muss ein bisschen rundherum. Hab keine Lust gegen die Vögel. Hm. Okay. Könnte vielleicht. Ah, nee. Vielleicht nicht riskieren. Wir müssen eh dahin. Okay. Schön weit weg von denen. Das ist gut. Schnell dahin. Hm. Uch. Da haben wir getrampelt. Okay. Hm. Okay. Interessant. Stürmer. Okay. Hm. Oh. Ah, sehen wir das jetzt? Das ist hier. Also das soll dieser Maschinenkönig sein? Oder wie war das? Hab ich leider wieder vergessen. Ob interessant. Das wollte ich mir schon lange mal anschauen. Wer läuft denn da? Und die? Okay. Hm. Natürlich sind da Vögel, war ja klar. Ausgerechnet mein Hassgegner. Tö. Hm. Okay. Sind zu zweit. Ist ja süß. Ach, Natal. Hm. Da ist ja schon die Blume. Ganz ruhig. Wenn du die Blume und dann tschüss. Ja, aber leider werde ich mir da keine Antwort erhalten. Ups. Hm. Hm. Schön. Oh. Hm. Und zurück. So. Ich will nur mal zu diesem Panzer da hin. So. Was haben wir denn hier? Hm. Ich klicke mit da. Vielleicht hochklettern. Hm. Okay. Komisches Tantiklvieh. Ich hoffe, die können das ja nicht wiederbeleben. Das wäre dann... Hui. Da ist ein Händler. Ja, ernsthaft. Hier. Okay, warte mal. Schau mal da rüber. Hm. So. Dann habe ich Zeit zu gehen. Tö. Was machst du denn hier? Händler. Hm. Okay, hast nix. Interessant. Schatzkiste. Nimm mich mal mit. So, schön. Tschüss. Tja. Hm. Okay. Aber warte mal. Das ist doch was anderes. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, irgendwo hier. Da. Hier ist ja noch so ein Ding. Das heißt, es gibt zwei von denen. Oder das hier ist mit dem da unten angeknüpft. Was aber keinen Sinn macht. Hm. Okay, was ist denn das hier? Es gibt zwei von denen. Das ist echt seltsam. Aber wir können da hin. Soll ich da hin? Das ist ne Ruine. Ach. Hm. Okay. Da ist jetzt die Frage, ist das ne Random Ruine oder nicht? Ganz entspannen. Ja, mach du mal. Wo ist diese Ruine da? Äh. Das ist die Frage, führt das später eine Quest hin oder nicht? Ich hab das Gefühl, bei diesem Spiel... ...wurde nicht ganz bedacht mit dem Open World. ...habe ich das Gefühl, dass da Quästen zu weit durcheinander geht. Man da früher hingehen kann, obwohl später eine Quest hinführt. Oder später gedacht war, da hinzugehen. Habe ich immer so das Gefühl. Hm. Aber ich hoffe ja noch auf diese Zeit der Energiezelle. Was haben wir denn hier? ...der Grabhort. Okay. Doch, da kommst du durch. Baby Steinschleuder. Hm. Sie verarschen. Okay, dann... ...andere Eingang. Hm. Okay, was soll ich denn da hinkommen? Oh, da ist hier was. Hm. Vielleicht mit einer starken Maschine, dass es zerbrechen kann. Oder... ...eine andere Waffe. Hm. Okay, ich komme da später. Sieht so aus. Okay, gut. Hm. Gut, hier wurde es jetzt bedacht hier mit dieser Sperre. Das ist gut. Und... ... Wo soll man es tun bei Open World? Wenn man da später hingehen soll. Dann einfach sperren. Okay. Äh, ja. Da kann ich vielleicht... Ja, könnte ich, wenn Eloy richtig machen würde. Könnte ich da hingehen. Noch einmal. So. Hm. Okay. Ich werde sowas von sterben. Aber das ist es mir wert. Hm. Okay. Hm. Hm. Also, dann kommen wir schon Seil, okay. Hm. Das ist echt eine komische Maschine. Warum gibt es das zweimal? Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ja, schöne Aussicht. Nice. Ich glaube, das Dorf ist hinter diesem Berg da. Also, diesen Berg da. Nicht, dass da hinten. Das da. Tja. Okay. Hm. Uh. Oh, nice. Schöne Geräusche. Hm. Und ich glaube, hier ist Schluss, oder? Ja. Oh, shit. Das ist nicht anverwarnt. Da komme ich nicht weiter, okay. Das ist mies. Was soll das denn? Ja, hier ist Schluss. Okay. Autsch. Hm. Okay. Äh. Hm. Ja, gut. Müssen wir halt zurück. Hm. Okay. Okay. Ja, nee. Da mache ich nochmal neu. Ah. Uäh. Ja. Süddele Hä? Okay, Bluh, hab ich reingesammelt Na toll, aber warum da? Komm, dann gehe ich hier hin So, da ist schon viel besser So, da ist schon viel besser So, da ist schon viel besser So, da ist schon viel besser